Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Krypto & More. Heute wieder mit dabei René. Hallo. Hallo René, hallo Manu. Der hier gerade am Popcorn futtern ist. Sorry, musste sein. Wir haben es in unserem letzten Podcast schon ein wenig angeteasert. Und zwar haben wir dieses Mal das Thema Social Media. Und unter anderem ist da uns beim letzten Mal aufgefallen, dass sich das Thema relativ gut mit Routine beziehungsweise eingefahrenen Strukturen kombinieren lässt, weil Social Media ja häufig ein Grund auch dafür ist, warum man diese eingefahrenen Strukturen durchbricht oder nicht respektiert oder ja. Genau, deswegen fangen wir mal an. Ich würde heute mal sagen, geben wir mal Manu das erste Wort. Dankeschön. Ja, das ist ungewohnt, ne? Also normalerweise fange ich echt nie an. Das ist echt ungewohnt. Nee, richtig. Wir haben es halt mal mit Absicht so gemacht, damit ich nicht mal anfange. Es ist echt komisch, muss ich echt sagen. Wenn du jetzt neun Folgen immer den gleichen Text so gesagt hast, ist es jetzt komisch. Es ist wie, wenn du dich bei YouTube mal versprichst. Aber Manu, wir haben nur 20 Minuten Zeit. Ich weiß, ich weiß. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich weiß. Nee, ja, wie es Benji schon gesagt hat, Thema Social Media betrifft uns alle. Und ich glaube auch, das Thema Social Media Sucht ist vielleicht nicht bei jedem so bekannt. Also es ist natürlich täglich, wenn du durch die Stadt läufst, siehst du einfach überall jeden mit dem Handy. Ich nehme mich da nicht mit raus. Ich bin da genauso. Ich laufe auch durch die Stadt mit dem Handy. Handy ist dein Wegbegleiter geworden. Generell Instagram, TikTok. Jeder will der nächste TikTok-Star werden. Das ist unglaublich. Nice Story vielleicht mal so am Anfang. Ich war in meiner alten Schule 50 bis 60 Prozent. Es ist keine Lüge. 50 bis 60 Prozent der Leute wollen einfach Influencer oder TikTok-Star werden. Es ist einfach krank, wie sich das in den Netz... Wolltest du das früher auch werden? Nein, das gab es bei mir noch gar nicht. Solche Dinger mit Influencer. Ich meine, ich bin jetzt zehn Jahre aus der Schule raus. Zehn oder elf. Da gab es das noch gar nicht. Zu meiner Zeit war Influencer eine Krankheit. Ja, richtig. Und heutzutage will das wirklich jeder Zweite an der Schule werden und es ist halt wirklich teilweise beängstigend. Und ich nehme mich da jetzt echt nicht raus. Ich muss echt sagen, ich hatte in meiner Hochzeit, ich glaube, wir hatten es schon mal leicht angeschnitten, elf bis 13 Stunden täglich am Handy. Und es war nur Handy. Da war noch nicht, dass ich am PC hock, am Laptop hock oder sonst was. Ich war wirklich in meiner Hochzeit elf bis 13 Stunden täglich am Handy. Ich meine, durch eine gewisse Handymarke kann man das tracken. Ich glaube, durch jede Handymarke mittlerweile, wie viel du am Handy bist, Bildschirmzeit. Und wenn du das dann, ich habe es, früher wusste ich das gar nicht so, aber wenn du das dann mal einschaltest, es kam dann irgendwie so aus dem Ding raus, weil ich so gemerkt habe, boah, ey, ich bin echt abhängig von dem Ding. Und dann mal reinguckst, ist das schon ein bisschen beängstigend. Vor allem, wenn du dann siehst, okay, du verbringst, damals war es vielleicht noch Facebook und Instagram. Heutzutage ist es TikTok, diese 10, 15 Sekunden Videos. Da vergeht die Zeit halt auch ganz schnell. Da hockst du dann, wie Benji es in der letzten Folge gesagt hat, mit, ja, dann hockst du halt mal eine halbe Stunde plötzlich auf dem Klo, weil du hier mal Instagram, da mal ein bisschen TikTok machst und sowas. Es ist wirklich extrem und ich sehe das auch wirklich als Gefahr, weil... Also ich distanziere mich von Instagram und TikTok. Ich benutze nichts dergleichen. Sei froh. Ich bin nur noch auf Reddit. Also wenn überhaupt, dann auf Reddit. Ich habe auch Twitter letztens deinstalliert, weil ich keinen Bock mehr auf den Scheiß habe. Und es ist nur Ablenkung. Es ist eigentlich nur dieses Berieseln lassen von seinem Gehirn, von, wie nennt sich diese Endorphine-Rezeptoren, die dann da irgendwas produzieren, weil man da ständig irgendwas braucht. Und das ist eigentlich... Das ist ja genau das Schlimme. Du wirst... Du siehst, es gibt genug Studien mittlerweile auch darüber und auch diese Aufmerksamkeitsspanne. Du siehst ja mittlerweile, egal welche Videoplattform es ist, ob es TikTok ist, ob es Instagram, ob es YouTube-Shorts ist, dieses Thema Shorts an sich ist ja eigentlich schon so, wie die Zukunft momentan abläuft. Die Leute haben einfach nur noch beispielsweise Musikvideos oder generell Musik. Jeder hat nur noch so eine Aufmerksamkeitsspanne zwischen 15 und 30 Sekunden. Genau das, was im Endeffekt die Aufmerksamkeitsspanne hat. Bei TikTok und so 15 Sekunden, 30 Sekunden Shortvideos, die sollst du dir geben und dann gleich das nächste und immer wieder so reinpfeffern. Und das ist dann schon so diese Sucht an sich, die dein Körper aber auch dann braucht, weil er... Oh cool, noch ein Video, noch ein Video, noch ein Video und dann hockst du halt einfach mal eine Stunde. Und das ist wirklich beängstigend, meiner Meinung nach, weshalb ich dann jetzt nochmal ganz kurz auf dieses Thema, wo wir in der letzten Folge, also bei uns vor 10 Minuten, ihr vor einer Woche hattet, mit dem Thema Routinen und so. Das war auch ein wichtiger Punkt für mich, warum ich gesagt habe, okay, ich will die ersten 5 Minuten am Tag damit nichts zu tun haben. Du hockst den ganzen Tag wahrscheinlich wieder vor dem PC oder vor dem Handy. Da musst du, und es ist schwerer, als es sich anhört, vor allem wenn du 13 Stunden am Tag am Handy bist oder auch daran, oder damit arbeitest, ist es wirklich nicht so ganz ohne, dann zu sagen, okay, die ersten 5 bis 10 Minuten am Tag bist du nicht am Handy. Und ich finde es, einerseits Handy und alles ist wunderschön zum Arbeiten etc. pp. Aber ich glaube, es ist einfach ein komplettes Problem, nicht nur für die Jugend generell, für alle, dass diese Abhängigkeit vielleicht auch so ein bisschen gewollt ist für uns. Wisst ihr, was ich so meine? So in die Richtung, ja, du bist abhängiger, du bist, wir haben es in Corona gemerkt, alle nur noch daheim, einerseits Homeoffice. Gebt ihm Brot und Spiele, das ist Ablenkung. Ja, und gut, dass du es ansprichst, genau so was. Da ist was Wahres, Wahres dran. Genau so meine ich das ja auch im Endeffekt. Du hast, wir haben es in Corona gesehen, egal was man jetzt davon hält. Ich will jetzt auch nicht darauf eingehen, bitte jetzt nicht da irgendeine Diskussion losreden. Es geht einfach nur darum, jeder plötzlich, wir sehen uns nur noch vor dem Bildschirm, nur noch am Handy und was weiß ich was. Und wir haben uns daran gewöhnt. Jeder ist einfach nur noch daran gewöhnt, ah nee, wieso ein Treffen? Es klingt banal, aber bei mir was auch so. was soll das Manu und René? Kommt doch mal hier bei mir vorbei in Bremen. Ja, genau. Das ist was, was ich wirklich positiv finde, um ehrlich zu sein. es hat seine Vorteile, aber dieses Suchtpotenzial, überleg doch mal, geh doch mal durch die Stadt, du wirst keinen fast sehen, der überhaupt mal sich überhaupt noch irgendwie was anguckt. Alles muss fotografiert werden, alles muss komplett aktuell sein. Genieß doch einfach mal so ein bisschen dein Umfeld. Was für Eindrücke kriegst du? Was siehst du da? Nee, ich hab hier cool, ich hab hier das neuste, beste TikTok-Video gemacht. Es geht nicht mehr darum, dass du da warst und dass du es genossen hast und dass du eine geile Zeit hattest, sondern es geht darum, dass du die geilsten Videos, die geilsten Fotos mit hast, die du dann überall posten kannst, wo du zeigen kannst, ich bin der geilste und ich war, also das ist, ja, das ist auch leider so und das, irgendwie, nee, mach ich da nicht mit. und ich bin irgendwo an einer geilen Stelle, wo es mir Spaß macht, ich hab da keinen Bock, dann Fotos zu machen. Das ist gut, die macht dann meine Frau schon immer, da muss ich schon gar nichts mehr zu machen, die kommen automatisch, die Fotos, aber meine Frau macht es auch nicht, um auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen zu teilen, sie macht es dann meistens, um Erinnerungen für uns zu haben, beziehungsweise mit ihrer Familie eventuell mal noch zu teilen, aber, ja, heutzutage geht es nur noch ums Posen, geht nur noch ums Posen, wer ist der geilste, ich hab den geileren Urlaub, ich bin häufiger im Urlaub als du, jetzt bin ich in New York, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich da, jetzt bin ich da. Gut, wer es braucht, aber, aber sowas wird halt durch TikTok und den ganzen, ich sag jetzt einfach mal Mist, weil ich bin kein TikTok-Fan, ich sträube, oder ich versuche, natürlich poste ich auch auf TikTok was, weil es einfach dazugehört, wenn du YouTuber bist oder so, dann gehört es dazu, dass du auch Videos machst, aber ich versuche mich auch davon fernzuhalten, weil du einfach merkst, du verbringst wirklich viel Zeit damit, diese 15 Sekunden Videos, wenn du da mal ein bisschen durchscrollst, dann bleibst du irgendwo hängen und dann, vor allem dieser TikTok-Algorithmus ist tödlich einfach, dieser TikTok-Algorithmus und da muss man jetzt wirklich sagen, es ist auf Europa, USA etc. beschränkt, weil TikTok in China zum Beispiel ist nicht so wie TikTok in Europa, das glaubt, das wissen ganz viele nicht, weil vor allem in den Ländern, wo im Endeffekt TikTok ja, ich sag jetzt einfach mal erfunden wurde, ist das eher so ein bisschen mit Lernfaktor und da dürfen auch die Kinder oder je nachdem, ich glaube auch die Erwachsenen, nur 30 Minuten am Tag damit verbringen, das ist gedrosselt, danach sagt TikTok, nope, geht nicht mehr, du wartest jetzt bis morgen und es hat auch ganz speziell eben diesen Sinn, damit du eben nicht süchtig wirst und dich eben nicht mit vollkommenem Blödsinn im Endeffekt damit beschäftigst. Moderne Kriegsführung, ey, wir bringen was raus, was die Völker der anderen Länder verdummt und, äh... Aber genau so kannst du es im Endeffekt nutzen. Es klingt hart, aber diese Social Media Abhängigkeit, es ist ja nicht nur, dass du Scheiße konsumierst da drin, sondern, ich will jetzt nicht zu tief rein, bitte jetzt nicht übel nehmen, aber du kannst es natürlich dann auch als Art Propaganda oder sonst irgendwas nehmen, und das sehen wir jetzt auch mit aktuellsten Themen und sowas, kannst du Social Media auch sehr, sehr gut dafür verwenden und wir sehen auch wie 11-, 12-Jährige, ich weiß nicht, wie früh du TikTok nutzen kannst, wahrscheinlich fängst du damit schon in der zweiten Klasse mittlerweile an, aber du suggerierst dafür auch ein gewisses Meinungsbild, du kriegst viel, viel mehr, ja, mit und sowas, also ich bin da kein Fan davon, ich bin echt froh, dass ich noch die Generation war, die nicht mit sowas aufgewachsen ist. Also, ich weiß nicht, was das für Auswirkungen haben könnte oder hat, wenn du bereits mit 10, 11, 12 solche Videos andauernd konsumierst und was das auch, wie gesagt, auf deine Leistungsfähigkeit im Endeffekt auswirkt. Ich meine, ich habe es gerade gesagt, man sieht es an Musikvideos, an generell Musik hören, die Titel werden immer kürzer, man hat teilweise nur noch zwei Minuten Musik zu hören, sage ich jetzt einfach mal, weil die Aufmerksamkeitsspanne einfach so kurz geworden ist und das innerhalb, sage ich jetzt mal, so kurzer Zeit, wir sprechen ja hier nicht von Jahrzehnten, wo es jetzt Social Media gibt, wir sprechen hier wirklich von, ich sage jetzt mal, 10 Jahren einfach, so 10, 15 Jahre Maximum, man sieht einfach schon, was das einfach angerichtet hat mittlerweile. Es hat seine Vorteile, aber ich bin kein Fan, ehrlich gesagt, davon, in welche Richtung es momentan geht oder die letzten Jahre. Ja, es kommt ja auch immer darauf an, von welcher Blickweise man das halt betrachtet. Es gibt halt auf der einen Seite das enorme Potenzial, was dahinter steht, zum Beispiel, man kann positive Sachen machen, wie zum Beispiel Mathematik-Videos. Ich weiß nicht, kennt einer von euch die YouTuberin in Deutschland, Mathematik oder wie die heißt. Sowas ist dann halt wiederum richtig, richtig geil, was man da drin alles machen kann zum Beispiel so und was für einen positiven Lerneffekt das langfristig hat und auf der anderen Seite steht natürlich halt, was für negative Konsequenzen das hat, wenn man diese Plattform falsch nutzt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und jeweils gibt es ja wieder verschiedene Abzweigungen, wenn man das mal sagen kann. Man kann sich als Content-Creator hinstellen oder man kann sich halt als Consumer hinstellen. So, natürlich ist es immer schon mal besser, ein bisschen auf der Content-Seite zu stehen, aus meiner Sicht her, natürlich, weil man ein bisschen was aktiv halt macht und nicht unbedingt konsumiert. meinen Blickwinkel dazu. Und dann gibt es natürlich, produziert man wirklich sinnvollen Content und versucht damit was zu erreichen, was weiterzuentwickeln, versucht man Wissen zu vermitteln oder so oder publiziert man irgendeinen dummen Blödsinn halt, sag ich mal, was niemanden am Ende des Tages so ein bisschen interessiert, was so verdummt ist. 15 Sekunden-Videos oder sowas halt in der Richtung. Ich meine, es gibt natürlich immer ganz coole Highlights aus Spielen oder sowas. Ganz klar, kennt jeder. Aber am Ende des Tages bietet das halt nicht wirklich einen Mehrwert. So, das ist halt das Fatale daran und wie die Consumer es halt für sich halt zum Beispiel auch nutzen. Ich zum Beispiel sehe mir darüber halt, wenn dann so ein bisschen Lernvideos an, wo man positiven Input für sich oder wo man raus was mitnehmen kann, wo man nicht einfach nur Zeit verduddelt, das ist halt auch wieder der Unterschied. Wie als wenn man auf Toilette sitzt, Instagram einfach Reels scrollt oder TikTok scrollt, dann verballert man ja Zeit, lässt sich mit kurzen Videos immer so ganz kurz, knapp unterhalten. Aber das war's dann. Man hat halt keinen positiven Nutzen daraus. Wenn man sich allerdings zur anderen Seite so ein bisschen stellt, kann das natürlich auch einen sehr, sehr positivierenden Effekt haben. Und wie Manu schon sagt, ist es in letzter Zeit einfach nur diese Entwicklung, wie sich das aktuell entwickelt und wie groß dieser Bereich dieser kurzzeitigen Unterhaltung wird, ist gigantisch einfach. Und das andere, das hat Benji ja auch in der letzten Folge angesprochen, mit diesen, ja, du bist die ganze Zeit News-geil. Du fängst einmal irgendeine News an oder sowas und ja, dann kommt die nächste News und dann musst du die noch lesen und so. Und das ist dann auch schon so ein Ding, wo du halt im Endeffekt immer mehr in diese Sucht reinkommst. Du bist aufmerksamkeitsgeil. Also nicht für dich aufmerksamkeitsgeil, sondern was kommt als nächstes für eine News? Ey, die hat wieder was gepostet, die hat wieder was gepostet. Und das ist dann so dieser Step, wo du dann sagst, okay, ja, ich kann nicht mehr und dein Gehirn verklickert sich dann so, ah ja, irgendwann hast du dann möglicherweise auch Schlafprobleme. Das habe ich zum Beispiel sehr, sehr stark gehabt, dass du einfach nicht mehr einschlafen kannst. Das ist auch mittlerweile der Grund, wo wir jetzt wieder ein bisschen zurück auf die Routinen kommen, warum ich versuche, die letzte Viertel, halbe Stunde, bevor ich ins Bett gehe, nichts mehr anzuhaben. Kein Fernseh, kein Handy, kein etc. mehr. Einfach, damit dein Kopf komplett abschalten kann. Ja, das ist auch richtig. Das finde ich auch gut. Das sollte man auch machen. Und das ist eine Sache, wo ich sagen würde, da kann ich selber aktiv dran arbeiten. Das ist auch was, was ich aktuell machen könnte, um nochmal den Bogen auf die letzte Folge zu schlagen. Das wäre was, wo ich sagen könnte, ja, da kann ich besser werden, definitiv. Da würde sich meine Frau freuen, wenn ich meiner Frau sage, ey, dank des Podcasts mache ich jetzt kein Handy mehr abends oder morgens nicht mehr und so. Dann darf ich vielleicht nächstes Mal eine Stunde länger mit euch aufnehmen. Weiß ich nicht. Ja, aber sowas ist ja schon mal top. Aber das Ding ist, du musst diesen Punkt halt auch einsehen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Du kannst also wahrscheinlich zehn Leute da draußen fragen und zehn Leute sagen dir, sie haben kein Handyproblem. Nee, ich sehe das schon ein. Nur mir fällt es schwer, das umzusetzen. Ich sehe das durchaus ein. Aber das umzusetzen, das ist schwierig, weil ich tatsächlich, ja, ich unheimlich viele Nachrichten lese über Ukraine, Krieg, über, keine Ahnung, wenn sowas Aktuelles gerade ist, wie Rammstein zum Beispiel. Aber es liegt auch daran, dass man ständig diese, ähm, diese, diese, dieses, diesen Feed hat. Man kriegt einfach, ich habe mich, zum Beispiel, wenn man mal einmal konkret jetzt diese Rammstein-Thematik, das hat mich eigentlich am Anfang gar nicht interessiert. Und dann kam immer wieder was und immer wieder und immer wieder kam irgendwie Rammstein, Rammstein, Till Lindemann, Vergewaltigung. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hä, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Und dann habe ich mal auf eine News geklickt und bam, das war's. Danach und dann auf einmal alle möglichen, alle möglichen Influencer, alles was online, hier der, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen WBS, Wilde Beuge, Wilde, keine Ahnung, Beuge und Solmecke oder wie der heißt. Dieser, dieser Anwalt. Ja, die Anwaltskanzlei, ja. Dieser YouTube-Anwalt, der ist halt, ähm, der beleuchtet, der beleuchtet das Thema halt schon aus einem sehr interessanten Blickwinkel, weil er da immer die rechtlich relevanten Dinge zu, ähm, äh, heraushebt und so und da ist das schon interessant, aber dann, du kannst jetzt von jedem x-beliebigen Popel dem seine Meinung. Dann sagt Montana Black was dazu, dann sagt der was dazu, dann sagt der was dazu, dann sagt jemand, aber genau, das habe ich ja gemeint, mit, äh, einerseits Abhängigkeit und andererseits aber auch diese Propaganda, die wird versucht, über Medien, über Social Media, et cetera, möglicherweise eine Meinung zu geben. Das, das meine ich damit. Das ist klar, das klingt, es ist vielleicht sich gewollt, aber umso mehr es gepusht wird, früher war es, ich sage jetzt einfach mal Fernsehen, ganz normal, dass darüber die Meinung verbreitet würde, aber heutzutage kommst du so schnell wie nie einerseits an Fake News, andererseits an richtige News und du weißt gar nicht mehr, was wirklich war oder was ist Fake, was ist, äh, Realität überhaupt noch, ne? Und das ist halt dieser gefährliche Punkt, dir wird versucht, einerseits eine Meinung zu suggerieren, andererseits wird dir versucht, wirklich manche Themen vorzuschlagen, so wie jetzt bei dir, dieses Rammstein, denn mich hat es nicht interessiert, ich habe es einmal gehört, Thema ist durch, für mich, mich interessiert es nicht, aber ich verstehe dich, umso öfters du dieses Thema hörst, desto mehr denkst du dir, oh ja, interessiert mich doch, ich google jetzt mal hier, ah und dann hier und dann kommt eben, ich musste dazu nichts googeln, nee, du hast es ja mittlerweile überall, irgendwas, was du anschaltest, ist das Thema, ob Radio oder sonst was. Was war da los? Ich habe da nichts von mitbekommen. Ist egal. Ich bekomme von Rammstein nicht so viel mit, ich bekomme von Ukraine nicht so viel mit, aber an der Stelle, an die Leute, die damit vielleicht ein Problem haben, kann ich einen winzig kleinen Tipp geben, schaltet euer Handy permanent stumm. Ja. Ich kriege nie mit, wenn irgendwas passiert, ist mir alles scheißegal. Entweder das oder versucht zumindest auch mal Fernseher oder so auswasst oder teilweise auch mal. Mein Handy ist permanent stumm. Es gibt nur eine einzige Person, die den stummen Modus aufheben kann und das ist meine Frau. Alles andere ist bei mir stumm. Das Problem ist glaube ich auch nicht teilweise, klar, stumm ist das eine, das Problem ist, was macht dein Kopf? Dein Kopf sagt, hm, scheiße, hm. Ich meine, wir kennen es auch aus dem Thema Trading Sicht, hm, scheiße, ich habe jetzt zehn Minuten nicht mehr raufgeguckt, ist mein Trade noch aktiv oder sowas. Das sind alles so Sachen, die in deinem Kopf ruhig spüllen. Natürlich, wie René es gesagt hat, es kann absolut positiv sein, wenn du damit Geld verdienst, so wie, ich sage jetzt einfach mal, wie wir drei einfach mal teilweise mit Trading oder sonst was, dann musst du gucken. Das ist, finde ich auch, muss man auch ein bisschen diversifizieren, ob du das jetzt wirklich nutzt, um zu arbeiten, Social Media, wie gesagt, oder ob du es einfach nur nutzt, um dir 13 Stunden irgendwelche tanzenden Hunde auf TikTok anzugucken oder jeglichen anderen Blödsinn. Es gibt so viel Scheiße wirklich da drauf, wo ich mir einfach denke, Leute, die Zeit kannst du auch sinnvoller investieren. Und ich meine, wir haben den Podcast Crypto in Moor genommen, deswegen sind solche Themen ja auch natürlich sehr, sehr wichtig. Wenn du es zu viel Social Media konsumierst, dann hast du weniger Zeit, einerseits Freunde zu treffen, um dir irgendwie auch mal eine Art Weiterbildung auch zu machen. Darum geht es ja auch. Was dann wiederum mit diesen, du konsumierst die ganze Zeit scheiß 15 Sekunden Videos, die dich niemals irgendwo hinbringen werden. Sie versuchen im Endeffekt nur irgendwie in deinen Kopf reinzukommen oder dich zu verblöden. So ehrlich muss man sein. Es verblödelt dich eigentlich teilweise nur noch, was da drinnen kommt. Und so vergibst du auch möglicherweise Chancen, dir einerseits eine eigene Meinung zu bilden, durch andere Quellen oder Sonstiges. Und natürlich dir möglicherweise auch was aufzubauen. Das ist ja auch das andere. Es kann dich wirklich daran hindern oder auch Einschränkungen auf dich selber haben. Ich meine, ich spreche da aus Erfahrung. Ich bin komplett Social Media süchtig, also wirklich gewesen und versuche jetzt, ich bin mittlerweile nur noch bei sieben Stunden am Tag. Also ich habe jetzt wirklich hier schon fünf, sechs Stunden teilweise reduziert. Es ist krass. Ich bin immer noch bei sieben Stunden, aber ich kann damit eher leben als mit 13 Stunden. Es ist einfach so. Aber es ist immer noch für mich viel. Jetzt mal eine ganz kurze Frage. Wie kommst du bei deiner Tagesroutine auf diese Anzahl? Ich meine, ich kenne das, dass ich dazwischendurch auch drauf komme, aber ich denke mir am nächsten Tag, boah fuck, was hast du getan? Wie meinst du? Ich weiß nicht, wie viel ist. Was meinst du? Nein, ich habe manchmal Tage, okay, da gucke ich auf mein Handy und denke mir drei Stunden Social Media und ich denke mir scheiße und ich bekomme halt auch alles schön ordentlich vorgestellt. Dafür Zeit, dafür Zeit, dafür Zeit. Wenn es ausschließlich Telegram ist zum Beispiel, zum Beispiel, weil ich mit Leuten aus der Gruppe kommuniziere, wir uns über Trades unterhalten, Thema Social Media und News Trading, Leute, euch wird versucht, eine Meinung aufzuzwingen. Nur mal so als Hinweis, Leute, also so News und Nachrichten, jeder kann irgendwas posten, jeder kann sich einen Channel aufbauen, kann sich Follower, Abonnenten kaufen und kann irgendwas posten. So von daher, Leute, News Trading, aus meiner Sicht Finger von lassen. Thema Social Media, wie man Social Media auch nutzen kann. Manipulation wieder an der Stelle. Ja, das kannst du in allen Bereichen verwenden. Das habe ich ja gemeint mit einerseits Manipulation, das kannst du natürlich auch im Kryptobereich absolut verwenden. Wir sehen es dann, postet irgendeine, kein Schwein kennt die Person, die dahinter steht, irgendeine News, ja, keine Ahnung, Binance CEO verhaftet oder so. Plötzlich sackt der Kurs ein, dabei stimmt das überhaupt nicht, weil es sind einfach Fake News und sowas. Dafür wird natürlich auch Social Media verwendet. Das ist ja momentan wirklich gang und gäbe, weil egal, in welche Scheißgruppe du gehst, irgendwo sind immer irgendwelche Fake News oder auch mit KI generierte irgendwelche Bilder. Das ist ja dann das Nächste. Das ist ja Next Level jetzt, was uns jetzt im Endeffekt die nächsten Jahre dann noch mit dazu erwartet mit dem ganzen KI-Hype, wo ich auch noch mal gerne noch mal eine eigene Folge drüber machen würde über KI und sowas. Deswegen jetzt nicht so weit ausarten hier. Aber ich finde, es geht einfach komplett in die falsche Richtung. Ich bin da, ich versuche weiterhin auch das noch ein bisschen zu reduzieren, so weit wie es geht auch mit Social Media. Aber klar, irgendein gewünschen Punkt geht es nicht mehr. Aber vor allem so Kacke wie TikTok, teilweise Instagram und sowas. Du weißt meiner Frage aus, wie kommst du auf diese Stundenanzahl? Trotz des normalen Tagesrhythmus? Oder trotz normalen Tagesablauf? Was willst du denn jetzt hören? Ja gut, ich schaffe nur Teilzeit. Das ist dir klar. Ja, ja, ist okay, aber ich finde das heftig. Ich schaffe das nicht. Und am nächsten Tag fühle ich mich halt echt extrem, extrem schlecht. Dass du so viele Stunden hast, oder was? Mhm. Das ist eine richtig depressive Erscheinung. Weil ich mich scheiße fühle, weil ich weiß, ich habe zum Beispiel halt nichts für meine Ziele oder so getan. Weil ich das irgendwo in Relation schon setze. Die leiden bei mir nicht darunter. Die dürfen nicht darunter. leiden bei mir. Das ist das Krasse. Und es ist, es ist, wie du sagst, es ist komplett hart einfach irgendwie, ja, diese Scheißsucht unter Kontrolle zu kriegen. Aber jetzt überleg mal, wir sind teilweise von unserem Kopf her viel, viel weiter als die Generation, die jetzt erstmal so in das Alter, also die dann irgendwann mal in unser Alter kommt, die jetzt mit dem ganzen Scheiß aufgewachsen sind. Meinst du, für die ist das noch einfacher? Es gibt Leute, die können, wenn sie ihr Handy mal kurz vergessen haben, mal nur kurz zum Bäcker, da musst du zurückfahren, um das Scheiß Handy wiederzuholen. Ne, solche Leute gibt es mittlerweile. Nur, obwohl sie fünf Minuten mal nicht am Handy sind. Das ist einfach krankhaft. Nur, die Leute sehen das halt dann teilweise auch nicht ein. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und sowas kann dann halt auch Einfluss wiederum, sag ich mal, auf deine Umgebung dann auch noch haben. Oder auf deine Beziehung zum Beispiel. Ja, natürlich. Eifersüchtig aufs Handy wegen Social-Media-Sucht und so. Zum Beispiel, ich lebe ja auf dem Dorf, deswegen kriege ich auch quasi nie was mit, zum Beispiel. Aber vielleicht ist das auch einfach Dorfkindleben. Ist es so geil, abends kein Handy dabei zu haben und spazieren zu gehen? Das ist schön. Und einfach die Natur mal so zu genießen und nicht einfach sich mit Instagram zu beballern. Gut, wenn du Handy mitnimmst und dann mal einen schönen Post für Instagram mitnimmst, wäre natürlich für meine Seite jetzt wieder gut, sag ich mal, an der Stelle. Es ist aber auch nicht, aber es ist einfach schön, die Zeit nicht damit zu verballern. Du kannst ja trotzdem beispielsweise dein Handy mitnehmen, darum geht es nicht. Nur mal einfach auch nicht drauf zu gucken, das ist zum Beispiel schon mal der erste Step. Ja. Dass du versuchst, du hast es dabei, du weißt, das klingt wirklich krankhaft, dass wir uns über solche Themen eigentlich unterhalten müssen. Wenn du überlegst, stell dir mal vor, du bist drogenabhängig, vergleich das einfach mit so einer Drogenabhängigkeit. Handy einfach. Ich gebe dir hier gerade einen Tipp, dein Handy einfach nur mitzunehmen, aber nicht drauf zu gucken. Das ist wie, okay, du hast Drogen in der Tasche. Lass es komplett weg. Ich, also, wenn ich, Nee, aber so auf Entzug ist es nicht schlecht. Also so, um dich, so nicht diesen komplett kalten Entzug. Jetzt musst du mir überlegen, wir sind ja an einem Punkt, wo ich sage, Handy einfach nur in die Tasche stecken ist schon kalter in den Zug. Und so weit sind wir mittlerweile, muss man fairerweise so sagen. Also, wenn ich versuche, auf mein Handy zu verzichten, dann nehme ich, dann lasse ich es zu Hause liegen. Dann bist du nicht so süchtig wie René und ich auf jeden Fall. Dann lasse ich es zu Hause liegen und, das ist dann tatsächlich die beste Art und Weise, wenn ich dann nämlich, ich merke das manchmal, dann greife ich, da hast du schon diesen Griff, du greifst in die Tasche und willst aufs Handy gucken und merkst dann, oh, ich habe es gar nicht dabei und denkst dir, ey, ein Glück, dass ich es nicht dabei habe, ey. Und man merkt plötzlich, wie viel man mehr mitkriegt von der Umwelt, von den Gesprächen, wenn die Frau mit einem redet, plötzlich merkt man, was man sonst alles halt so, also das ist tatsächlich schon ein bisschen traurig, aber ich meine, ich finde es gut, dass wir so ehrlich und offen darüber hier reden können. Ich glaube mal, das geht den meisten so, nur die meisten, denen ist es gar nicht so bewusst. Oder wollen es halt nicht hören. Oder man will es nicht hören, also ich will es ja auch nicht hören. Wenn meine Frau es mir sagt, dann versuche ich es ja auch. Jetzt hier, so unter uns, kann ich es halt, ja, noch einfacher zugeben, als wenn meine Frau, dann empfinde ich das halt eher so als nervig, dass meine Frau mich jetzt davon abhalten will und ich sage, ey, ich muss doch nur auf diesen einen Artikel nur zu Ende lesen. Ja, aber das Problem ist, man liest ja dann noch einen Artikel und noch einen Artikel und noch einen Artikel zu Ende. Du wirst abhängig davon. Ja. Na gut, das kenne ich zum Beispiel halt nicht so. Wenn eine Frau mich, sage ich mal, anspricht, dann sage ich, okay, ich lese den Artikel noch, dann lese ich den und dann kann ich es beiseite legen. Da habe ich dann so null vertrachtet. Nein, das stimmt. Dann in dem Moment, ja, aber keine Ahnung, eine Stunde später oder zwei Stunden später liest du halt den nächsten Artikel. Ach so meinst du das. Das meinte ich. Keine Ahnung, bei mir hat sich das so langfristig gesehen etabliert, dass ich es halt aktuell, kann ich das sehr, sehr gut beiseite lassen und funktioniert gut, weil ansonsten fehlt mir für einige Dinge persönlich halt einfach für mich. Die Zeit habe ich festgestellt. Sind wir ja auch wieder beim Thema Rückwirkung zur letzten Folge. Strukturen, Tagesstrukturen und so weiter und so fort. Wenn man sich eine Aufgabenliste für den Tag erstellt, zum Beispiel so, du hast keine Zeit, um aufs Handy zu gucken. Du denkst dir so, fuck, ansonsten hast du deine Aufgaben nicht geschafft. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich das nicht schaffe, was ich mir vorne nehme, dann bin ich traurig. Dann bumm ich das den ganzen Tag, fuck, ich einfach ab. So, dann bin ich traurig, sauer und keine Ahnung. Und dann habe ich persönlich schon wieder komplette Überforderung. Dann denke ich mir, Lösung, einfach Handy auslassen. So, gleich zum Beispiel streamen, musste ich jetzt leider auch schon verschieben. Aber ich liebe euch, Freunde, deswegen bin ich natürlich hier. Und gleich, wenn ich hochgehe, gleich ist noch gemütlich, essen, freue ich mich, wenn ich keine Handyzeit habe. Familie, unterhalten, sehr schön Zeit mit kleinen Kindern verbringen, macht einfach traumhaft viel Spaß. Und dann habe ich meine Ruhe, das ist dann meine Me-Time für mich. Und ich sage nicht, meine Me-Time ist Handyzeit, weil diese 10 Minuten, die können mir am Ende des Tages einfach fehlen, um meine Tagesroutine und alle Aufgaben zu schaffen. Und daher sehe ich, dass aktuell halt gar nicht mehr so viel ein aufs Handy zu gucken. Das ist so ein Punkt, der mir sehr, sehr viel für mich geholfen hat, den ich aus der Systemstrukturierung, sage ich mal, auch zum Thema Social Media mitnehmen kann, wenn wir den Leuten da draußen, die vielleicht auch damit Probleme haben, wenn wir denen so einen Rat geben sollen, sucht euch was, was euch wichtig ist, sodass ihr damit nicht so viel Zeit verbringen könnt, zum Beispiel. Sucht euch einen Sinn und Zweck, ein Lebensziel, was ihr erreichen wollt, eine Aufgabe, irgendwas, was euch interessiert, was euch fasziniert. So, das kann ich den Leuten so ein bisschen mitgeben und wenn ihr von zweierlei Dingen abhängig seid und Zeit sparen sollt, legt sie einfach zusammen. Wir rauchen und Handy gucken. Aber dann bloß nicht dreist sein und mehr als eine rauchen. Könnt euch einen Wecker für stellen oder sowas. Funktioniert zum Beispiel auch. Setzt euch Zeiten. Okay, ich habe gerade 10 Minuten, 10 Minuten Handyzeit, Wecker klingelt, okay, weiter geht's. Zum Beispiel, dann habt ihr auch Pause vielleicht mit drin, zwischendurch und alles wunderbar. Finde ich gar nicht so schlecht. Also nicht dieses so, ja, ihr müsst jetzt zum Beispiel viele Leute, die jetzt draußen Probleme haben oder sowas damit. Ich meine, wir gehen jetzt auch offen damit um. Vielleicht so langsam halt damit anfangen. So wie René jetzt zum Beispiel gesagt hat, auch so mit 10 Minuten oder sowas, finde ich zum Beispiel gar nicht so schlecht. Okay, jetzt ist 10 Minuten Handyzeit, du kannst, keine Ahnung, dir jetzt 10 Minuten TikTok oder den ganzen Müll einfach mal geben für dein Hirn, wenn du es brauchst, aber dann ist auch wieder gut. Oder wie in China, das läuft eine halbe Stunde und danach ist TikTok aus und Instagram. Dann ist es halt so. Ich fände diesen Plan gar nicht so verkehrt, bin ich ehrlich. Weil ich glaube, dann würde auch die Interaktion untereinander deutlich, deutlich besser wieder funktionieren. Ja. Finde, also man merkt, du unterhältst dich ja viel, egal wo du hingehst, ich kenne es ja auch aus dem Urlaub. Das finde ich immer so krass. Ich versuche im Urlaub, ist meine Handyzeit wirklich voll wenig. Also wirklich wenig nur zum Musik hören und das war es dann auch. Aber wenn ich dann so, drehst dich dann so mal auf der Liege um oder guckst dich mal so ein bisschen um und plötzlich siehst du jeden so, Alter, Leute, ihr seid hier am Strand, ihr habt einmal im Jahr, wenn es bei euch gut läuft, vielleicht Urlaub nur mit eurer Familie und die Mutter hängt die ganze Zeit am Handy, der Vater hängt die ganze Zeit am Handy, das Kind baut eine Sandburg und die Eltern sind die ganze Zeit nur am Handy. Ey, macht ein Foto davon und dann spielt mit euren Kindern oder sowas, ne? Wo ich mir denke, ey, Leute, das ... Und das ist so ein schönes Gefühl, mit Kindern zu spielen. Ich meine, ich bin gerade 25 so, aber ... Schwager, Schwager, keine Ahnung. Ist mir egal. Auf jeden Fall, Bruder von Frau hat kleine Kinder und wenn du mit denen spielst, das ist so ein schönes Glücksgefühl, was die für ein Lächeln haben, so. Ich hab nur angefangen mit einem Ball zu titschen und der will einem sowas instant nachmachen, so. Der eifert einem nach und dann kann man dem auch anfangen, Sachen zuzuwerfen oder gegen die Wand werfen und fangen und dann stellt er sich alleine hin und übt das. Das sind wunderschöne Sachen, die man ansonsten stellenweise verhalten, finde ich einfach verpasst, so ein bisschen. Aber findest du es dann nicht schade, das Katzenvideo zu verpassen, wo die Katze vom Ball runterspringt oder sowas auf TikTok? Findest du es nicht schade? Hä, was interessieren mich andere Katzen so? Nee, ich meine nur, aber sowas ... Das sind dann so Dinger, wo du dann ... Das ist schon eine gut gestellte Frage, weil im Grunde genommen ist es genau das. Was ist mir jetzt eigentlich wichtiger? Die scheiß Katze von irgendeinem random TikTok-Video oder meine Tochter oder sonst was? Oder der Moment, den du gerade genießt. Ja, richtig. Weil was guckst du dir auf solchen Plattformen an? Suchst du was bewusst? Nein. Du gehst, du machst die TikTok-App auf, beispielsweise, und dann siehst du irgendwelche scheiß Videos. Es gibt Leute, die sagen, ich bin der König hier, wo dann Livestreams laufen. Es gibt irgendwelche komischen Videos einfach, wo du dir denkst, jo, Leute, es bringt mich hier nicht weiter. Das ganze Ding bringt mich nicht weiter. Lieber gehe ich eine Stunde raus spazieren, habe mehr Eindrücke, als wenn ich mir jetzt die Scheiße eine Stunde lang gebe. Ich glaube, was da aber auch einen richtig krassen Unterschied macht, ist, wo man wohnt. Zum Beispiel. Ich meine, ich bin Dorfkind, ich liebe Dorfkind, und wenn man rausgeht hier, hat man was Schönes zu sehen. Natur, grüne Bäume, positivierende Eindrücke. Geht man raus in einer Großstadt oder so, hat man Lärm, Autos, man wird von Straßen voll beballert mit Lichtern abends, man hat große Reklame-Tafeln und so. Sowas stelle ich mir in der Stadt halt dann auch vergleichsweise angenehmer vor, wenn man sich dann irgendwo hinsetzt, und einfach Katzen-Videos oder so guckt. Muss man ganz klar dazu sagen, finde ich, dass das dann so ein bisschen Unterschied auch nochmal macht, ob man so, sag ich mal, vielleicht ländlicher wohnt oder eine Region hat, wo man auch schön spazieren kann, wo man sowas dann auch einfach mal zu schätzen weiß, vor allen Dingen bei schönem Wetter. So, wenn schönes Wetter ist, rausgehen, einfach Lichtstrahl, ein bisschen genießen, einfach traumhaft schön, was man ansonsten einfach halt auch verpasst. Und was mich gerade mal interessiert, vor allen Dingen bei dir, Manu. Ich habe jetzt zum Beispiel so für mich so ein bisschen, ja auch meine Social-Media-Sucht, kann man an der Stelle ja jetzt auch schon sagen, aber auch auf der Content-Creator-Seite. Ich weiß, ich möchte gleich streamen, normal 18 Uhr Streaming-Zeit, so, ich weiß aber auch, ich will oben mit der Familie noch ein bisschen grillen, wunderbar, wir sind oben auf dem Feld, alles schön, aber ich schiebe schon Stress, dass ich keinen Bock habe, oben zu sein, weil ich streamen will. Kennst du das? Habe ich gekannt, bin ich ehrlich, dass ich auch teilweise dann gesagt habe, nee, für mich geht es streamen vor. Also so war ich auch, habe ich dann auch gesagt, okay, nee, für mich geht es streamen vor, nur mittlerweile, weil ich einfach an dem Punkt auch für mich selber war, wo ich ziemlich am Ende war, die letzten Monate, weil ich es einfach übertrieben habe, habe ich für mich eingesehen, nee, okay, geht nicht, ich verschiebe den Stream oder ich lasse ihn einfach komplett ausfallen. Deswegen gibt es bei mir teilweise jetzt auch mal, normalerweise streame ich bei mir auch zweimal die Woche, aber dann gibt es halt mal nur eine Woche, wo ich vielleicht nur einmal streame, wenn ich Urlaub habe, streame ich gar nicht, weil ich mir da keinen Druck machen will, dass ich Punkt 19 Uhr da immer streamen will. Den Punkt habe ich zum Beispiel nicht mehr, aber ich hatte ihn und es hat sich irgendwann scheiße angefühlt, weil vor allem, wenn du jetzt sagst, okay, du triffst dich jetzt mit deiner Familie, finde ich, geht Familie immer noch vor, auch wenn, ich sage jetzt mal, deine Community genauso wie eine Familie ist, aber die richtige Familie geht meiner Meinung nach immer noch vor als irgendein Bitcoin-Chart oder sonst was, der sich da draußen bewegt. Ist einfach nur meine Familie. Definitiv. sehe ich genauso, fühle ich den Punkt, aber es ist einfach schwierig, so wie man auch Suchspotenzial auf der Creator-Seite hat, als auch auf der Consumer-Seite. Das finde ich halt einfach sehr, sehr interessant, wo das negative Effekte halt haben kann. Als Creator musst du liefern, das ist auch so dieses Ding, wenn du zwei Wochen kein Video bringst, ist der Algo tot. Das heißt, du bist gezwungen, Content zu produzieren, so ziemlich. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht, wo ich sieben Wochen weg vom Fenster mal war, weil ich einfach die Pause gebraucht habe, da merkst du auch, der Algo ist halt dann tot, weil du nichts geliefert hast. Das ist natürlich auch auf dem Sinne auch ein bisschen Sucht. Wie der Algo ist tot, dann klicken die Leute dich nicht mehr an, oder was? Du wirst nicht mehr so viel vorgeschlagen, auf jeglichen Plattformen. Wenn du einmal raus bist, dann dauert es wieder eine Zeit, bis du da mal wieder drin bist. Heftige Schicksal. Algorithmen sind absolut heftig, auch TikTok und sowas. Du sollst zu einer gewissen Uhrzeit und was weiß ich was. Das ist dann halt auch schon, und das ist dann auch so. Natürlich, du hast als normaler Bürger, ohne Creator, dieses so bewusst. Normaler Bürger? Ja, nee. So war das nicht gemeint, sorry. Das war jetzt nicht so gemeint, aber ich sage jetzt mal so, als normaler Handy-Nutzer hast du so deine Sucht, aber auch als Content-Creator musst du im Endeffekt abliefern. Jeden Tag ein Video, jeden Tag, keine Ahnung, TikToks, was weiß ich was produzieren, bist du auch in gewissem Maße dahin gezwungen halt. Das ist so ein bisschen das Problem. Er hat mich voll angesteckt mit seinem Lachen, ey. Ja, Entschuldigung, das war jetzt echt nicht böse gemeint, Leute. Also so als normaler Bürger. Ihr wisst doch, was ich meine. Du hast so einfach nur ein geiles Meme im Kopf, aber ... Siehst du, da wären wir schon wieder bei der Sucht mit deinem Meme hier. Nee, aber ihr wisst doch, was ich meine. Du hast in beiden Seiten ... Bevor wir die ... Ich glaube, wir sollten ... Ich glaube, ich denke, wir haben viele interessante Aspekte heute hier aufgebracht. Unsere Folge artet auch langsam wieder aus. Wir sollten hier, denke ich, mal einen Cut machen. Wie seht ihr das? Ja, finde ich auch. Wir könnten gerne noch mal irgendwann eine Folge aufnehmen dazu. Vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr raussuchen oder noch ein paar andere Vorschläge. Aber ja, du hast recht. Das zieht sich sonst ewig. Das sind so Themen, da können wir stundenlang drüber labern. Ja, weil es ist halb sechs jetzt hier bei mir. Nee, ist kein Problem. Kein Problem. Ja, gut. Dann war wieder echt eine lange Folge. Ich hoffe trotzdem, da draußen euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was auch mitnehmen. Oder ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen vielleicht aus unseren Erfahrungen und so was. Auch wir haben solche Probleme. Auch wir sind absolut Social Media teilweise abhängig und abhängig gewesen. Jeder hat andere Mittel, damit umzugehen. Aber probiert es vielleicht selber mal aus. Einfach mal früh, abends, halbe Stunde, kein Handy oder so oder auch mal über den Tag. Und guckt mal, was das mit euch macht. Ob es euch gut tut, ob es euch schlecht tut. Und dann merkt ihr schon selber, okay, vielleicht habe ich doch so ein kleines Problemchen. Aber das müsst ihr selber rausfinden. Wir sollen euch hier zu nichts zwingen. Aber es soll euch vielleicht so ein kleiner Wegstoß oder ja, doch Wegstoß kann man schon sagen, für euch da draußen sein. Auf jeden Fall. Anreiz für einen anderen Blickwinkel liefern. Denn wie sagt man so schön, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. So sieht es aus. Und damit würde ich auch sagen, beenden wir die Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Like da lassen, wie immer gerne. Gerne auch die Folge teilen. Und dann war es das von uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Und letzte Wort hat einer von euch. Wir wünschen euch frohe Weihnacht. Wir wünschen euch frohe Weihnacht. Wir wünschen euch frohe Weihnacht. Und ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, das ist drauf. Das ist drauf. Oh ja. Okay, gut. Also, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.